Was ist der erste Stimme? Dann finden wir das auch im YouTube-Kanal von Harry Hurtig, komplett zeigen heute, weil er die Genehmigung dazu gibt. Ja, fantastisch. So, und jetzt geht's los. 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 Wir machen nachher noch ein Interview. Wir machen noch ein Interview dann. Ja, das ist dann ja auch. Und hier ist derjenige, der den Luki eine Riesenfreunde gemacht hat. So, jetzt müssen wir aber erstmal klatschen. So, und hier sind die Franken, die bald auswandern wollen. So, das war der Luki Applaus Beifall. So, das macht auch den Felsen Spaß, mit dem Original hier zu singen. Und es geht gleich weiter. Nein, wir machen gleich ein Interview. Du weißt doch ohne Tune. So, jetzt habe ich einen Titel für dich, Peter. Du musst doch mal zum Friseur gehen. Warum? Wir machen jetzt einen wunderschönen Titel, der da heißt, zieh dich aus und bleib. Was gibt es da zum Lachen? Ich muss mal ein Interview machen. Okay, ich werde den Text jetzt ein kleines bisschen verändern. Zieh dich an und geh. Okay? Ja, dann melde ich mich nochmal, aber nicht aus dem Shopping Center La Sandia, sondern ganz einfach hier am Strand von Maspalomas. Das möchte das Video ja doch beenden. Ja, gestern ganz einfach vergessen, den Abschluss zu machen und irgendwie in Gedanken. Also, das war der Abend beim Luki. Und Tine in der Larifari Bar in der Sandia. Und es hat Spaß gemacht und vielleicht sieht man sich ja da mal, vielleicht trifft man sich da auf ein nächstes Mal. Vielen Dank für alle Gäste, die mit dabei waren. Ich sage, hasta luego und ja, vielleicht mal hier auf der Insel, beim Luki, am Fahrer, am Strand oder sonst wo. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund. Und ja, wir sehen uns.